Die Nörgelmanns am Zuckerhut 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Schönen guten Abend, junger Freund. Du Deutsch? Ja. Deutsch, gut. Danke. Letter Mensch, ne? Bin ich auch. Ich, Nörgelmann. Nörgelmann. Frau Nörgelmann. Aha. Little Nörgelmann. Nörgelmann. Was? Äh, was? Du bist ein Mensch. Ja, Mensch. Wir haben Doppelzimmer mit Beistellbett. Schön, haben du. Haben ich. Du freuen. Ja, ich freue. Du in Rio haben Doppelzimmer mit Bett. Grandios. Ja, grandios. Und wo, wo Schlüssel? Bei mir? Ja. Oh, nix. Alles für den Sabato. Nix frei. Alles frei. Hast du das gehört? Ich denke, du hast gebucht. Hab ich auch. Bei der Dull. Schon im Fremroir. Oh, no. Nicht bei mir. Hier alles besetzt. Du wolltest schauen. Hier liest es. Hier liest es. Ich bin nicht so frei. Ich habe eine Anzahlung gemacht. Ich habe eine Anzahlung gemacht. Ruhig, ruhig, ruhig. Du bist ruhig. Ach. Ach, meine Migräne. Mein Herz. Wo liegt das Problem, Mensch? Ombre. Ja, wir haben nichts zu wohnen, Mann. Nix Besonderes. Ja, viel nix Besonderes. Was machen wir jetzt? Hier auf dem Stuhl schlafen oder wie? Glaubt, mein Hamsterbonat, wir brauchen Zimmer. Ja, ich nix habe Zimmer. Alles besetzt. Der Reservator. Du wolltest erst noch was trinken, oder? Ja, ich brauche jetzt eine Gerstenkaltschale. Tschüss. Das ist mein Kellner. Wo ist er? Ja, das frage ich mich auch immer. Tschüss, wo bist du? Zucker im Kaffee Und Zitrone oder Sahne in den Wind Und in Hessen alle Tage lang Amor Das ist wunderbar, Señor Das war im Salat Und Musik im Roten Tino, den man hat Und im Herzen immer noch einmal Amor Das ist wunderbar, Señor Schön Ach, hör mal Was war das? Schon wieder weg Ja, wir brauchen nix Heizung in Rio Always warm Trink doch mal so ein Pina Colgata Trink doch mal so ein Pina Colgata Ja, das war immer ein Pina Colgata Ja, das machen wir später Später Ok Ja, ich zeig dir die beste Frau von beiden in Rio Wie wir wollen das? Ja, ok Auch egal Applaus Ja, ich zeig dir die beste Frau von beiden in Rio Ja, ich zeig dir die beste Frau von beiden in Rio Ja, ich zeig dir die beste Frau von beiden in Rio Ja, ich zeig dir die beste Frau von beiden in Rio Ja, ich zeig dir die beste Frau von beiden in Rio Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich heiße Juan, alles heißt Huren in Rio und Brasil Na super, dann pass mal auf, Johann Also, Johann Also, diese Brasilianer sind auch ganz schön schlecht erzogen Ich geh schwimmen! Ah, geh doch schwimmen, mein Gott! Gib mich deutsch, gib mich deutsch! Ich kann mich benehmen, in Ausland! Lauf, die, Mann! Also, was ist jetzt mit unserem Zimmer? Bleibt ganz cool, Mann! Ich zeige dir aus meiner Show eine super Nummer! Das war Bestes Frau vom Bett und jetzt kommt Bestes Tanzgruppe auf ganz Brasilien! Okay! Jubel sie! Kommen wir rein! Martin! Was ist das? Kommen, schick your body, Baby, do that conga! I know, you can't control yourself any longer! Kommen, schick your body, Baby, do that conga! I know, you can't control yourself any longer! Feel the rhythm of the music getting stronger! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Applaus 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 In Hose, ne? Kommt keiner mehr her zu mir, Tinker. Apropos trinken. Wollte was haben? Ich geb jetzt einen aus. Weil wir kein Zimmer. Ein ausgibt. Ja? Okay. Wenn ich nur wüsste, wo du einen käme. Tschüüüüü. Dieser verdammte Kerl. Nächstes Mal spreche ich ihn aus. Tschüüüüü. Pfeffer im Salat und Musik im roten Wiener, den man hat und im Herzen immer noch einmal Amor, das ist wunderbar, Senor. Jetzt ist er wieder weg. Also ich habe ungefähr 175 Gründe, dir niemals einzustellen. In Rio ist alles possible. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Der ist doch süß. So, wie sehen Sie denn jetzt aus in meinem Zimmer, Johann? Ich habe immer noch kein Zimmer, aber du hast gesehen, die Show wollen machen. Ich habe eine Nummer, mir sollte jemand abgesprungen. Und die Show? Ich brauche jemanden für meine Show noch. Das ist doch die Nummer. Zeig mal. Gerne. Das ist gut. Du wolltest mal sehen, was Sie machen sollen in der Show? Ja, okay. Okay, ich werde es dir zeigen. Ich zeige es. 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 Ja, ich zeige es. Ich zeige es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Klaus, Dieter, was bist du? Hab ich dich erwischt. Was? So, Junge, schon rauchen. Nur Verzack. Auf deinem Platz. Dein Kind, Elfriede. Dein Kind. Dein Kind. Da gehören zwei dazu. Da war ich aber nicht dabei. Ach, hey. Du weißt du genau, da war ich Kegel. Das sagst du. Was weiß ich, wo du da warst? Aus deinem Platz. Also, Johann, das war nicht meine Nummer. Das war nicht deine Nummer? So, so einen Bauch habe ich nicht. Mama. Hast du nichts Besseres für mich? Warte, lass mich überlegen. Pst. Mama. Pst. Was ist das, Mama? Pst. Das ist meine Freundin, du blöd Mann. Mama, was ist Freund? Das erklär ich dir später. Ich hab was. Was denn? Eine grandiose Nummer. Du musst aber, wo kommst du her aus Deutschland? Bottrop. Haben du ein bisschen Power? Ja, ja, ja. Das ist deine Action-Nummer. Ja, das kann ich gut. Das können nur die Besten. Ja, dann mach ich sofort mit, okay? Ja, mit dem Buch. Okay, vorbinden wir. Vorbinden wir. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. Tell me you love me. Tell me you love me. Kiss me once while the stars shine above me. Shine above me. Hey, Marie. Hey, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. In your arms I'm longing to be. Longing to be. Oh, baby. Oh, baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey, Sammy. Come here, boy. Way, Marie. Way, Marie. One, the zona. Way, Marie. Come here. Way, Marie. Way, Marie. Way, Marie. Way, Marie. Way, Marie. Untertitelung. BR 2018 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 Zamba! 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 Beautiful girls and dancing and... Girls, girls, girls! Always men! Zamba! Ambole, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así. Ambole, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así. Ambole, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Ambole, que mi vida yo no aprendí a vivir así, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und Konga wurde getanzt, eine richtige Afrika-Supernummer Von der Anja, der Christina, der Nina und der Nicole Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Selbstverständlich gehören Sambas zu so einer Show und eine Edelsamba an mir dabei, getanzt wurde sie von René, von Kirstin, von Claudia, Brigitte, Rainer, Verena, Stefan, Janin und dem Peter Und Soul Chacha, unsere Abschlussnummer wurde getanzt und gesungen von Anja, Heidi, Hasso, Dorit, der List und der Nicole Am Videogerät saß der Spucki und morgen um halb drei schauen wir uns das Ganze an Vielen Dank, Spucki 14.30 Uhr im Roten Salon für alle, die sich mal sehen wollen Vielen Dank an den Spot, da stand heute der Klaus Ein herzliches Dankeschön an die gesamte Animation, die geschminkt, kostümiert und rausgeschickt hat Ohne die geht nichts, danke Und dann war noch ein bisschen Hilfe auf der Bühne, ohne die wäre es auch schwierig gewesen Das war einmal unser Barchef, der Sunny Mein holdes Weib, die Freddy Unser hoffnungslos verzogener Sprössling, der Janis Das war sie, unsere heutige Gäste-Show, doch bevor wir uns jetzt mal den Clubtanz im Sand erlauben Haben wir noch einen vorzustellen und das ist unser Nörgelmann, das ist der Stephanie, der Frank Eine Info gebe ich euch noch mit auf den Weg für morgen Morgen Abend hat sich unser Clubchef was ganz heißes ausgedacht Es gibt nur Hapa Hapa für die, die eine Fliege tragen Und ich kann euch jetzt schon versprechen, dass wir diese Sache knallhart durchführen werden Wobei wir natürlich alles akzeptieren Was es an Fliegen gibt Egal aus welchen Materialien, egal wie sie aussieht Und wer keine hat, der muss sich eine kleine Zeremonie über sich ergehen lassen Und darf dann doch essen Also, morgen Abend absoluter Fliegenzwang Sonst gibt es nichts zu essen Und jetzt geht es los Wir stürmen aus Holt sie euch Clubtanz ist angesagt Einmal Clubtanz ist angesagt